Das ist der Nürnberg Zoo. Das ist ein Zoo. Man kann hier Tiere ziehen. Ich will am 16. Dezember am Morgen um 8.30 Uhr zum Nürnberger Zoo gehen. Das kostet 8.50 Euro. Das ist das Reichsparteigelände. Es stammt aus der Hitlerzeit. Hier wurden die Reichsparteigelände der NSDAP. Man kann das Gelände besichtigen. Ich will am 18. Dezember am Morgen um 10 Uhr zum Reichsparteigelände gehen. Das kostet 5 Euro.